Nach einer vier-tags bedingten Zwangspause sind wir wieder da. Das letzte Mal, das wir aufgenommen haben, war die Pfingst am Montag. Jetzt sind wir wieder am Start mit der Episode Nr. 98 von BuffCrit laut unserem Gaming-News-Podcast von Brack.ch mit Nico und mir, Steffi. Und natürlich haben wir auch einen Monat nach dem letzten Mal super spannende Themen für euch. Einerseits haben wir den Xbox Showcase. Da möchten wir vor allem über Starfield reden. Da gibt es einiges darüber zu berichten. Wir haben Diablo 4 im Gepäck. Da haben wir einen kleinen Erfahrungsbericht von einem Mitarbeiter von uns. Das findet ihr alles im Buff. Im Crit haben wir auch nochmal Diablo 4 und Gollum. Wo, anders gehört das auch nie nachher. Und natürlich haben wir, as usual, im Loot ein paar Neuheiten, die ihr bei uns im Shop posten könnt und auch zum Vorbestellen. Herzlich Willkommen zu BuffCrit laut. Und da würde ich sagen, ciao Nico. Ich hoffe, dass du es gut hast. Und ich freue mich immer wieder da. Ich hoffe, du hast es besser. Steffi, wie geht es dir? Ich habe ein bisschen Kopffett tatsächlich, aber sonst geht es mir gut. Das ist immer die Kopfhäuserrät. Nein. Das ist keine Huserrät. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss, du fährst nicht. Eine gute Besserung auf jeden Fall an dich. Danke, danke. An dieser Stelle. Und ich hoffe, das bleibt nicht lange, das Kopfhäuser. Ja, das hoffe ich auch. Und die Themen klingen doch sehr interessant. Ja, vor allem Starfield. I mean, hello. Wie lange warten wir jetzt eigentlich schon auf ein Update von Starfield? Jeden drei Jahre gefühlt oder so. Starfield? Ja. Klingt ein bisschen wie Garfield. Aber es ist nicht genau das Gleiche. Starfield ist das Gleiche. Gar nicht. Gar nicht das Gleiche. Nein, wir haben, also, wann war das gestern oder so? Einmal am Wochenende hat der Xbox-Showcase stattgefunden und hat ein paar Neuheiten präsentiert, as usual, bei so einem Showcase. Und anschliessend nach dem Xbox und Bethesda-Showcase ist gerade im Anschluss eine halbstündige Starfield-Showcase gelaufen, wo es wirklich eine halbe Stunde lang News rund um Starfield gab. Jetzt denke ich die ganze Zeit an Garfield. Mann, Nico. Sorry. Sorry, sorry, sorry. So gemein. I'm sorry, I'm sorry. Jetzt, wenn ich Starfield sage, habe ich das Gefühl, ich habe es falsch ausgesprochen. Mann. Nein, aber so. Starfield ist ein riesiges Ding und wahrscheinlich auch das grösste Game, das es bis dato gab. Und wahrscheinlich, also sollte es, so wie es für mich klingt, auch No Man's Sky schlagen. Es hat über tausend Planeten, die man bereisen kann. Und jeder Planete ist anders, mit einer anderen Atmosphäre, mit einem anderen Leben oder gar kein Leben, nur mehr Ressourcen. Das gibt es tatsächlich auch. Oh krass. Fündlich, fündlich, ja, ja. Und du kannst es, glaube ich, auch ein bisschen spielen, wie du möchtest. Also du kannst mehr so ein bisschen auf einen Baumodus gehen, wo du dein Raumschiff auch wirklich selbstständig upgradest und verbesserest und so weiter. Du kannst aber auch sagen, nein, das möchte ich nicht. Er möchte einfach ein bisschen erkundigen. Also es ist sehr individuell einstellbar, so wie ich das mitbekommen habe. Also du kannst wirklich selber ein bisschen entscheiden, auf was für eine Art und Weise du das möchtest spielen. Also es ist ein bisschen genre-breaking, sage ich jetzt mal. Es ist nicht vorgegeben, welches genre das ist. Es ist einfach ein riesengroßes Open World und du kannst ein bisschen spielen, wie du möchtest. Klingt für mich mega solid. Vor allem, weil ich No Man's Sky tatsächlich eigentlich schon immer mega nice gefunden habe. und ich habe es auch mal ein bisschen gespielt und ich habe es wirklich echt, echt toll gefunden, obwohl ich auch ein bisschen Angst davon hatte, von dieser schieren Unendlichkeit. Aber Starfield sollte ja jetzt noch grösser werden und noch detailliert und vor allem super, super realistisch. Hast du gewusst, dass sie mit der NASA zusammen gearbeitet haben, um das Game zu entwickeln? Das habe ich nicht gewusst, aber ganz ehrlich, was haben sie zusammen gearbeitet? Also haben sie Bilder von NASA übernommen? Nein, also NASA… Ich meine, du kannst irgendjemanden von NASA interviewen oder… Das ist aber kein Zusammenarbeit, das war im Endeffekt. Du hast ja gerne mit der NASA zusammen gearbeitet, oder? Ja, nein, das ist nicht ganz genial. Nein, NASA hat sie, also so wie ich es gehört habe, tatsächlich beraten, wenn es darum geht, physische Kräfte, also Gravitationskräfte und so weiter von den einzelnen Planeten. Aber auch zum Beispiel, wie sieht es auf diesen Planeten aus, je nachdem, wie viel Distanz das Planete von seinem Stern hat. Also die ganzen Sonnensysteme, wie ist die Atmosphäre, wie ist die Oberfläche, welches Klima herrscht, wann, wie stark ist die Anziehungskraft von einem Planeten, je nachdem, ob es ein Steinplanet oder ein Gasplanet ist und so weiter oder irgendetwas sonst. Und das finde ich mega cool, weil durch das kommt ein ultra, ultra krasser Realismusfaktor rüber. Und darum haben sie auch so lange gebraucht, denke ich mal. Das ist nicht einfach mal schnell, schnell gemacht. Das muss man natürlich schon sagen. Das stimmt, das stimmt. Das ist nicht einfach schnell gemacht. Und das ist natürlich, man möchte ja mit dem Game Club auch neue… Also man merkt, sie hat sich das Ziel gesetzt, ziemlich neue Masse zu definieren für einen Weltraum- oder Science-Fiction-RPG. Also einfach… Ist ja immer noch ein RPG, würde ich auch sagen. Ich würde schon sagen, es ist ein RPG, ja. Aber ob es dann eher Richtung Survival-Gate oder Action-RPG oder einfach nur ein Erkundungs-RPG, das ist, glaube ich, das ist dann auch so etwas dir rüberlassen. Okay, okay. Also, aber ich glaube, sie wollen dort neue Massstabe setzen auch. Das merkt man. Sie wollen ein bisschen… Ja, also alles raus holen, was geht. Und da bin ich natürlich mega bescheuert. Ja, sie müssen ja auch ein bisschen. Wo man bedenkt, Starfield ist jetzt das erste Game von Bethesda, also Bethesda slash Xbox seit Microsoft Bethesda aufgekauft haben. Also nein, das erste Game war schon Redfall, aber es war ja ein Megaflop von dem her. Das muss jetzt sozusagen performen. Also sie sind auch ein bisschen unter dem Druck, dass es wirklich richtig, richtig geil wird. Und anscheinend, und das wird, glaube ich, es uns ein bisschen zum Verhängnis, falls wir das spielen, der Charakter-Editor ist wieder gigantisch. Es gibt wieder du-sig-Details-Zum-Spiel. Und das muss man selber einstellen. Ja, das ist… Ja, ja. Also da sehe ich uns, ja. Ja, ich sehe es. Unser Charakter-Editor. Wir haben dort, wir haben da grosses Suchtpotenzial, oder irgendwie… Hey, Schalei, dort kannst du so eine Stunde verblämperlen. Das ist doch schön, eigentlich. Ja, und hey, es hat endlich ein Release-Datum. Das finde ich super nice. Nice. Und zwar der 6. September dieses Jahr. Also 2023. Also es heisst, es kommt schon gleich, und zwar in weniger als drei Monaten. Und die drei Monate sind dann schnell durch. Also das geht dem Handumdrehen. V.a. wenn es jetzt so schönes Wetter ist, wie es momentan ist. Und dann ist das Spiel schon da. Und ich kann mir vorstellen, dass das Game ein bisschen Auswirkung auf die Modewelt wird haben. So komisch, wie es jetzt gerade klingt, auf den ersten Moment. Aber mit diesem Game kommt eine ganz neue Stilrichtung auf. Und zwar NASA-Punk nennen sie das. Also die Entwickler nennen es selber so. Also es ist nicht Steampunk, es ist nicht Cyberpunk, sondern es ist NASA-Punk. Ja, also es ist so die Kombination zwischen dem Praktischen von der NASA, dem Hightech-Praktischen, der halt funktionieren muss, ein bisschen Maschinen, ein bisschen Technik, und eben aber der Style halt von der, eben so, also das Style-Element, das Punk-Element. Oder? Und darum habe ich das Gefühl, könnte es effektiv Auswirkungen auf die Modewelt haben. Das kann ich mir echt, echt gut vorstellen. Ich meine, NASA ist ja schon immer ein beliebtes Motiv gewesen. Also vor allem jetzt in den letzten drei, vier Jahren, glaube ich, hat man immer wie mehr NASA-Sachen gesehen. T-Shirts mit dem NASA-Logo drauf, ja, Bullies, Jacken und so weiter. Das hat man immer wie mehr gesehen. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt das noch mehr kommt. Könnte ich mir recht gut vorstellen. Ist aber auch geil. NASA-Punk. Irgendwann ist es geil. Es kombiniert so zwei, es kombiniert so das Technische mit dem Stylischen. Es ist geil. Ich sehe es noch nicht so. Ja, also Steampunk ist ja auch Maschine, aber es ist so alte Maschine mit Stil, hätte ich fast gesagt. Das hat ja, das ist ja auch, wenn man es nicht schon kennen würde, würde man sich auch fragen, wie passt das zusammen, oder? Und jetzt ist es halt Tech mit Punk. Also von dem her, ich finde es so nice. Warum muss man immer Punk hingedrehen? Ah, ich würde es anders nennen. Nein, ich würde es irgendwie... Core. Ja, ja. NASA-Core. Ja, NASA-Core wäre gay. Nein, aber Core ist etwas anderes, weil es gibt dort, das beste Beispiel, was es im Moment gibt, ist ja der Barbie-Core. Barbie-Core ist ja auch eine Fashion-Trend, wo alles pink ist. pink, 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 von Kopf bis Fuß, alles pink und rosa zu tun. Aber das ist, wo es eben Core ist. Das ist Pink-Core. Alles ist nur so. Das ist der Barbie-Core. Aber der Punk ist ja eine Stilrichtung. eben Steampunk, Cyberpunk, ist ein Stilrichtung, oder? Von dem her muss... Also stimmt NASA-Punk schon eher. Ja. Ich finde es nice. Ich finde es cool. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was die ersten Stimmen werden sagen, sobald das Game draussen ist und spielbar ist. Es wird tatsächlich noch, ich glaube es heute Abend, also dann, wenn der Podcast schon oben ist, aber noch bevor, also erst nachdem wir das jetzt hier aufnehmen, gibt es nochmal eine Starfield-Showcase, also nochmal zusätzlich eine, wo nochmal mehr Details und so weiter, ähm, ja, und Gameplay und so weiter preisgegeben wird. Aber das Krasse ist, in Game hat die Hauptfigur so eine Uhr an. So eine digitale Uhr. Ja, ja, ja. Ja. Und diese Uhr haben sie in echt gemacht. Ja, natürlich, natürlich. Ja. Ja, das ist klar. Und die haben sie, für das heisst sie, also sie heisst Chronomark, heisst sie. Und die Uhr, die gibt es in der Collector's Edition. Die kann man in der, also wenn man die Collector's Edition für 300 Dollar kauft, oder Euro, 300 Euro sei es, dort ist die Uhr drin. Und ich muss jetzt sagen, 300 Dollar für eine Uhr finde ich jetzt gar nicht mal so viel. Also so eine Digital Watch, Armbanduhr, die noch ein bisschen lässig aussehen, finde ich noch cool. Allerdings habe ich gehört, dass sie, also du kannst sie zwar mit dem Handy verbinden, aber sie ist nicht wirklich, ähm, auf das ausgelegt, glaubst du, dass du, ähm, irgendwie, Sachen empfängst von deinem Handy oder so, das weiss ich nicht. Auf jeden Fall, also man muss jetzt sicher noch schauen, ob man einfach eine Uhr möchte, die ein bisschen fancy aussieht, die einfach digital ist, und, ähm, oder ob sie effektiv so eine, äh, ja, so eine Smartwatch so sein soll, die einfach alles vom Handy wiedergibt. Das glaube ich nämlich nicht. Aber ja, zusätzlich kommt natürlich auch noch ein Controller und das Headset im Look von Starfield raus. Und die finde ich aber echt cool. Sie sind schlicht, sie sind schlicht, aber chic. Ich finde die wunderbar. Sie haben einen kleinen Sixty-Touch, und, äh, das finde ich voll nice. Also, ich frage mich, ich frage mich, ähm, man sieht, man sieht so Regenbogenfarben drauf, ich frage mich, ob das ein Statement ist. Nein, 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 das sind Farben, das sind die Hauptfarben von Starfield, das taucht hier immer wieder rauf im Logo, ähm, beziehungsweise im Emblem, das sind so gelb, orange, rot und blau, glaube ich. Ähm, ja, von dem her, that's it, das ist nicht irgendwie ein Statement, aber, was man natürlich muss sagen, oh, die Grafik, die ist der Burner, oh my God. Ja, die sieht gut aus, die sieht sehr gut aus. also, also, als ich, als ich das ein bisschen durchskippt habe, im Showcase, also, boah, das ist Wahnsinn, also, stell dir vor, du, du spielst das irgendwie auf einem 4K-Monitor zu Hause, das ist ja fantastisch, ja, 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 das sehe ich auch so. Ja. Also, es sieht sehr, sehr cool aus, und, also, ich könnte mir vorstellen, jetzt, wenn ich es so sehe, wenn ich so das grundsätzliche Design anschauen, ich bin ja grosser Fan von der, ich bin ja grosser Fan eigentlich von Techwear, ich lege eigentlich sehr gerne Techwear. Ja, das kommt ja so von Japan und Korea, oder? Genau, 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 und, ich glaube, der NASA Punk Style ist sehr gut kombiniert mit Techwear, von mir ist es für mich, ist es für mich vielleicht noch interessant, ähm, wenn, jetzt, wenn ich es gerade so anschauen, aber ich finde, eigentlich die weissen Farben kombiniert mit dem Orange, eigentlich auch noch geil, es ist einfach so, es zeigt so ein bisschen, yo, mal in die nächste Zeit zu move, weisst du? Ja, voll. Finde ich das eigentlich noch interessant, das auch noch durch die Mode weiterzugeben, so, yo, wir sind zu genug lang da auf, weisst du nicht mehr, anstatt, dass wir uns da wieder anlegen, wie Britney Spears in den No-Uhrjahren, äh, mach ich ein bisschen vorwärts machen. Ja, ja, true, also, die ganzen 90er Jahre, 80er, wo ich in letzter Zeit aufgekommen bin, da wäre ich auch froh, dafür, dass man dort mal wieder sagt, ja, sie ist zusammen. Nein, also mit dem Arschgewehen und allem, also alles sehe ich jetzt bei der Jugendliche wieder. Hüfthosen sind wieder der letzte Schrei bei den Frauen, mhm. Nein, darf gar nichts sagen, meine kleine Schwere ist auch auf dem Trip, also, oh no, misspillade. Ja. Aber es ist so, es hat ja schon mal jemand gesagt, Modensachen, die drehen sich meistens im Kreis. Das ist so, ja, das kommt immer wieder, ja, das kommt immer wieder. Aber es sieht mega cool aus, ich würde fix spielen, das Spiel, also hundertprozentig. Ja. Ich habe schon angefragt bei uns intern, so, hey, wie sieht es aus, kommen wir eigentlich das Headset über und der Xbox-Controller, also, es könnte effektiv sein, dass wir die auch über kurz oder lang im Shop werden haben. Ich hoffe es sehr, weil sie sind so schick, also, egal ob ich Cyberpunk, Cyberpunk sage ich schon, ob ich Starfield spielen oder nicht, könnte ich mir echt vorstellen, dass ich mir zumindest den Controller hole finde, den echt schick. Den gefällt mir echt gut. Sehr. mit dem Weiss und goldiges Steuerkreuz und dann so die Linie drauf, finde ich echt mega, mega schön und das Headset finde ich echt auch schön. Das ist auch Weiss und ich finde es halt echt schön, dass man dort ein bisschen mehr die helle Farben berücksichtigt und nicht alles wieder schwarz macht. Schwarz gibt es genug, so habe ich es gesagt. Das stimmt, das stimmt. Schwarz gibt es definitiv genug. Ja gut, soviel zu Starfield. Etwas anderes, was noch angehiesst worden ist, ist das Fable Reboot, finally. Nice Fable. Ja, der Trailer hat fantastisch ausgesehen, so lustig. Schaut unbedingt den Trailer noch mit Sound, also mit Sprachausgabe, sage ich jetzt einmal. Fable lebt einfach von dem britischen schwarzen Humor. Es ist grossartig, ja. Kann man wirklich sagen. Es ist so ein bisschen ein Hommage an Merli, aber so ein bisschen F'd up Merli, also. Ich mache es mega gut, also wirklich. Ja, vor allem man kann sich ja selber entscheiden, ob man lieber möchte, richtig böse oder richtig gut gehen und das hat natürlich einen massiven Einfluss, auf das Game selber, also auf die Geschichte selber. Hast du das Fable das Original mal gespielt? Ich habe es eins gespielt, ich habe es zwei gespielt, ich glaube, es hat sogar ein drei gegeben, ich weiss nicht, es hat, ich glaube, zwei gegeben. Fable zwei, also ich habe beide durchgespielt, Fable eins und Fable zwei. Fable zwei kannst du dann wirklich, ich glaube, im eins kannst du noch nicht wirklich entscheiden, ob du gut oder schlecht sein willst. Gute Funktion gibt es ja noch nicht so lange, glaube ich. und das ist mega cool gewesen, weil im Fable zwei sind dann wirklich so Hörner gewachsen, wenn du böse bist gewesen. Nice. Und ich habe es einmal auf gut und einmal auf böser und du kannst am Schluss entscheiden, möchte ich alle Leute, die ich umgebracht habe, wieder wiederbeleben oder möchte ich alles Geld von allen Leuten bekommen, die ich umgebracht habe. Oh, wow. Und dann kannst du ja komplett böse halt nochmal alles Geld oder bekommst, glaube ich, eine Million oder zwei Millionen Geld oder irgendwie so oder du darfst alle wiederbeleben, die du gehillt hast. Und natürlich habe ich das Geld genommen. Ja, wie könnte es auch anders sein? Ja. Das finde ich aber witzig, das heisst, man kann eigentlich auch während man schon einen Weg eingeschlagen hat, wieder einen anderen wählen. Also wenn man böse war durch das Game durch, kann man sagen, ich möchte jetzt wieder gut sein. Eigentlich. Also du kannst mits im Game changen. Das ist schon witzig. Genau. Ja, genau. Ja, genau. Also das und es ist einfach, es hat eine geile Atmosphäre das Game selber. Ich weiss nicht, es ist schon wieder way back, was ich jetzt zum Beispiel gelernt habe über das Spiel, wo ich früher gespielt habe. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, man hat so viel Nostalgie dabei und wenn man es heute wieder spielt, ist es nicht so gut, wie es damals gewirkt hat. Ja, das ist aber immer so. Ja, 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 ja. Aber damals, also ich habe mich bei Fable, in Fable habe ich mich echt verloren. Ich fand es mega, mega cool das Game. Das war auch schön gemacht. Sehr schön gemacht. Und das schöne Name, ich weiss noch, die Stadt hat Albion geheißen. Das ist nach einer Fantasy-Stadt irgendwie, ja. Ja. Ja gut, Fable Reboot, das ist auch etwas, worauf wir uns freuen. Und es gibt, mal wieder, ich habe mich fest, ein Star Wars Game. Ist ja nicht so, dass es erst vor kurzem ein gegeben hat. Nein, also eins muss ich sagen, es gibt im Moment schon sehr viele Star Wars Games. Oder kommt mir das nur so vor? Weil Lego Star Wars ist ja auch erst gerade erschienen letztes Jahr. Also, ich denke, es gibt im Moment sehr viele Star Wars Games. Es gibt sehr viele Star Wars Games. Und das ist, vielleicht ist die 10, es geht mega billig, ich weiss es nicht. Das kann auch gut sein, ja. Oder sie wollen einfach mega Werbung machen dafür. Aber, das neue Outlaws heisst, Star Wars Outlaws. Ja. Klar, es bringt natürlich alle Elemente von Star Wars wieder mit hinein, aber es ist sogar Open World, das Mal. Das ist das allererste Open World Star Wars überhaupt. Oh, krass. Ja. Und es hat ein Axolotl in Flauschung dabei. Die Hauptfigur hat einen tierischen Begleiter und das sieht einfach wirklich aus wie eine Katzen-Axolotl-Mutation. Also, es ist ein Axolotl in Katzengrösse, aber halt mit Fell. Es ist wirklich cute. Es ist wirklich cute. Riesen Augen und flink wie ein Katzenärgel. bewegt sich auch wie eine Katze. Ja, es ist fantastisch. Ganz cute. Also, ich glaube, es wird für Star Wars Fans ein Riesen-Gaudi, Gott, ich kann nicht reden. Es wird für Star Wars Fans ein Riesen-Gaudi, das Spiel zu spielen. Genau. Das wollte ich sagen. Yes, soviel dazu. Ich möchte noch kurz abrattern, was es sonst noch für Games gibt, die vorgestellt worden sind, die bei mir vor allem einen Eindruck hinterlassen haben. Ich habe nicht ganz alle, aber einen grossen Teil von den Games. Eines ist South of Midnight. Das ist insofern spannend, weil es eine ganz interessante Grafik hat, meiner Meinung nach. Dann gibt es 33 Immortals. Das ist so ein kleiner, man muss sich das vorstellen, wie Hades, aber mit 33 Coop. Also 33 Spieler Coop. 33 Leute können dort mitspielen. Aber vom Style her ist es ein bisschen wie Hades, ein bisschen simpler. Aber es hat noch interessant ausgesehen. Dann gibt es Payday 3, Persona 3 Reload, Persona 3 Reload, wo aber schon Gerüchte sind, dass es nicht ein Remake ist von Persona 3, sondern tatsächlich ein Sequel. Persona 5 Tactica, A World ist also ein neues Game, wo man auch noch nicht so viel gehört hat. Sea of Thieves kommt eine neue Expansion, über uns war The Legend of Monkey Island. Ja, mit dem Guy Brush. Natürlich. Ja, und das hat mich so ein bisschen neumenteuerisch an Dings erinnert, das ist ein bisschen blöd, wenn ich es sagen, aber an Fortnite. Weißt du, im Sinn von Fat It, Sea of Thieves auch an, mit verschiedenen Franchises zusammenzuschaffen, a la Fortnite. Ja, können Sie, you never know. Monkey Island passt natürlich sehr gut. Ja, sehr. Frust auf Wenn man mit Lego zusammenarbeitet. Ja, genau, genau. Dann gibt es Microsoft Flight Simulator 2024 und ausserdem gibt es dieses Jahr im Sommer noch Dune Expansion, also Dune vom Kinofilm, wo man wirklich die Flugzeuge von Dune spielen kann. Das finde ich auch eine coole Zusammenarbeit. Dann gibt es Senua Saga Hellblade 2. Ich weiss nicht, ob die vertraut bist mit dem Game Hellblade. Hellblade, ja. Ja, das mega düstere. Von dem Schwärmen Sophie. Ja. Aber ich habe es nie gehamet, es ist glaube ich nur Xbox exklusiv. Also, ich habe es dann neu auf Steam gekauft. Also von dem her, aber es kann sein, dass sie es runtergenommen haben. Es ist schon Jahre her, wo ich es dann gekauft habe. Aber was krass ist, der Teaser zum Hellblade 2 sieht einfach aus, als ob du auf so einem Ultra-Psycho-Horror-Trip. Du hörst Stimmen, du siehst Sachen, die sich bewegen wollen. Oh, crazy. Senua Saga heisst es, oder? Senua Saga Hellblade 2, genau. Und das komplette Gegenteil vom Fun-Fakt, also vom Spass-Faktor, ist Like a Dragon, Infinite Wealth, wo dort kommt einfach ein japanischer Dude, Nacht aus dem Meer und alle Leute am Strand. So, what the fuck? ein japanischer Dude kommt aus dem Meer. Ja, ja, das ist lustig. Also nackt. Nackt, komplett nackt, ja. Ich hatte eine Gaudi, als ich in den Trailer geschaut habe. Sehr lustig war es. Du hast natürlich dort wieder Freude gehabt. Sicher habe ich Freude gehabt. Dann kommt Fallout 76 Atlantic City, Path of the Goddess, ist so ein kleines Chinese-angehochtes Spiel, das kommt dir eventuell noch gefallen, das ist glaube ich noch recht schwierig. Auch so ein bisschen Psychedelisch irgendwie, aber auch. Dann kommt Forza Motorsports, Elden Ring Scrolls, äh, Elden Ring, vor allem Elders Cross, Necrom Shadow Over Morrowind, das ist eine neue Expansion. Für das Online, Ja, genau. Elders Cross Online, ja. Genau, ja. Cyberpunk 2077 kommt auch eine Expansion über, und zwar Phantom Liberty. Es gibt es Cities Skyline 2. Ich habe schon zu eins gekasselt. Das 2 würde ich nicht anlängen. Es ist wirklich nicht meins. Es ist wirklich nicht meins. Und ein Spiel, das sehr, sehr, sehr vielversprechend aussieht, Clockwork Revolution. Und ja, und noch mehr, und noch mehr. Das sind einfach so die, die ich gefunden habe, die tönen irgendwie interessant. Ähm, genau. Und noch ein paar Indie-Games, die natürlich nicht fehlen dürfen. Yes, so. Soviel dazu, zu der Xbox-slash-Beth-Desta-Showcase. Da kommen wir jetzt hin zu Diablo 4. Ja, ja, let's go, let's go, let's go. Welcome to hell. Diablo 4, genau, genau, genau. Ja, bevor wir da herangehen, Steffi, in das kleine Crit-Thema. Das machen wir, da bei Crit. Diablo 4, genau. Also, liebe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist tatsächlich so, Diablo 4 ist, glaube, nein, nicht nur glaube, ist, zu glaube, ausklammert, äh, sehr gut. Also, ich habe von vielen Seiten gehört, ich bin ja da auch in einigen Gaming-Communities unterwegs, oder? Der Influencer, schlechthin, ähm, hat auch erfahren, dass Diablo wirklich gut so sein soll, weil gewisse Leute, nenne ich jetzt keine Namen, aber gewisse Leute, sie seit das Game ist rausgekommen, haben die kein Tageslicht mehr gesehen. Ja, ja. Also wirklich. Das kann ich bestätigen. Wir haben ein paar von denen in unserem Team. Das ist, das ist ganz, ganz schlimm, da gewisse Leute, wo andere jetzt gibt, so wie ich, äh, gesunde Brünen bekommen, äh, andere Leute gesehen, andere Leute immer noch aus wie nackte Mäulen, weil sie die ganze Zeit an dem Game sitzen. Und weil es wirklich halt der Grind of the Grinds ist, wie immer im Diablo, ähm, tut man von Anfang an hineingrinden, und will natürlich seinen Charakter, sei es dann, äh, Hardcore oder Nicht-Hardcore, viele sagen, Nicht-Hardcore ist, äh, gar nicht, äh, äh, fällt man schon gar nicht an. Also Softcore, sondern man grindet nur noch Hardcore, dort fährt es natürlich schon an. Wir haben, ähm, eine Bezugsperson, eine direkte Bezugsperson, einen direkten Nerd, einen direkten Diablo-Spieler für Steffi im Team, der uns eine kleine Review gegeben hat, und einen Überblick, wie sich das Ganze so gespielt hat für ihn. Und hier nochmal ein grosses Merci an Pascal, der uns schnell eine kleine, äh, kleine, kleine, Besuchte gegeben hat, was er, ähm, gespielt hat. Ich gehe jetzt hier wirklich nicht zu tief hinein, weil sonst, äh, also da sind wir auf jeden Fall am Überziehen, aber, alles im Allem, ähm, ich kann ich schnell seine, ähm, Lowlights und Highlights vom Spiel, äh, tun ich schnell ein bisschen, ähm, aufzeigen, und was er denn so spielt. Also er spielt jetzt einen Klass-Totenbeschwörer. Ähm, im Diablo ist es ja so, je nach Klasse hast du eine ganz andere Entwicklung von deinem Charakter eigentlich, ähm, weil du hast andere, äh, sagst du mal, wie Skill-Trees, und, und andere Arten, die, die Charakter zu developpen, und kannst dann in verschiedene Richtungen gehen. Er spielt Totenbeschwörer, Level 64, und ist auf der, und hat die Weltstufe 3, Alptraum. Ja, Alptraum, lieber Pascal, schreibt mir Globe mit B, und es ist nicht Alptraum mit P, erstens, Nico spürt es keine Rauben, zweitens, kann man es auch so schreiben, ja, das ist korrekt. Okay, sorry. Ich habe es nur mal schnell, weil ich finde es lustig, weil ich habe es früher auch immer so geschrieben, und dann hat mir irgendjemand gesagt, das hat nicht mehr Tauben zu tun. Ja, ja, okay, der ist mittlerweile korrekt. Merci, Steffi, Entschuldigung, manchmal komme ich eher die Tuten vorne. Ist okay. Er ist ein bisschen veraltet, muss ich mal updaten, aber ist okay. Ich glaube, du hast das letzte, das letzte, ähm, Update nicht, nicht bekommen. Ich habe das letzte Update nicht installiert. Ja, also, auf jeden Fall, ähm, die Highlights von Pascal, Nevertheless, sind, äh, perfekter, also, es hat ja einen perfekten Start gehabt, das Gruppenspiel ist mega gut, äh, Second Slay Diablo Feeling ist da, äh, es hat ein spannendes Skillsystem, äh, meistens ist der Loot Fair, ähm, wo zusätzliche Wertanpassung vom Charakter erlaubt, das ist schon sehr cool, ähm, das Transmog-System, zur optischen Anpassung vom Charakter, ich glaube, das ist Transmog, ähm, das hat es schon früher gegeben, das Diablo-Spiel, ähm, und zwar, ist das die Möglichkeit, dass du kannst, bei einem, äh, ich glaube, bei einem so einem NPC-Händler, kannst du, deine, ähm, Waffen und Armors einfach so lassen, wie soll ich sagen, du kannst sie so wie lassen, soll ich sagen, was es ist? Das ist einfach wie WoWO. Du kannst sie optisch einfach anpassen, also du kannst zahlen, damit sie zum Beispiel die, 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 die violette, ähm, Hexenhut aussehen, wie eine rote Pilzhut, zum Beispiel, oder? Ja, nicht ganz, also Transmog bedeutet eigentlich, dass du deine Rüstung oder die, oder die, oder Waffenskins, oder alle Skins, die du hast, so transformierst, eben modifizierst, dass sie aussehen wie ein anderes rüstiges Teil, das du hast, aber du musst es besitzen, also bei WoW ist es einmal so gesehen, du musst es besitzen, oder einmal besessen haben, genau, und für das musst du natürlich auch bezahlen, ja, aber es ist nicht so, dass du es einfach random anpassen kannst, oder einfach die Farbe kannst anpassen, sondern du musst, du kannst einfach ein Teil so anpassen, dass es das Ausgesehen annimmt von einem anderen Teil, den du hast, oder mal hast gehabt. Okay, Steffi, merci viel, vielmals. Bitte. Für die Ausführung. Transmog. Genau, ich habe nicht gewusst, dass man es auch besitzen muss, ich habe das aber auch gekannt von einem anderen Spiel, glaube ich, das ist Path of Exile, darauf kann man es auch machen, und, ja, man muss es in dem Fall besitzen, genau, und das ist natürlich cool, dass es das wieder gibt, ich finde einfach, bei so Sachen muss man mega aufpassen, weil man gibt immer so viel Geld aus für Sachen, oder für Loot, wo man fängt, und nachher geht es wie in so Loot-Games wie Diablo geht es mega schnell, du hast wieder neue Waffen, die besser sind, und dann hast du eigentlich Geld ausgeben für nichts, weil du brauchst die alte Garne, aber du ersetzst die so schnell. Also das ist so ein bisschen die Problematik, die ich da sehe, aber, ich weiss auch nicht, wie es funktioniert jetzt da im neuen Diablo, vielleicht kann man es ja zurückgängig machen, etc. Auf jeden Fall, sehr, sehr coole Highlights, es hat ein paar Lowlights gegeben, bei ihm auch, das Reitier kommt erst sehr spät, und fühlt sich teilweise nutzlos an. Okay, dass ein Reitier nutzlos ist, hm. Ich glaube, es ist vor allem, weil es so spät kommt, kann ich mir vorstellen. Aber macht ein Reitier ja nicht automatisch in allen Stellen viel schneller? Ja, wenn gewisse Spawnpoints schon aktiviert hast, und die kannst transporten, dann spielt sie ja keine Rolle mehr, so weiss ich meine. Das ist das Problem, das auch ein bisschen Dings, Zelda hat im Moment, das Reitier ist echt total überflüssig. Ah, okay, okay. Also, wenn ein Reitier überflüssig ist, ist es natürlich nicht cool. Ich meine, die perfekte Integration von einem Reitier, correct me if I'm wrong, ist auf jeden Fall Elden Ring. Also, wirklich grandios, wie man es dort hat eingebaut. Vor allem auch, dass gewisse Kämpfe ohne Reitier einfach impossible sein, ich sage, gibt es, wo ich noch bin, aber ganz ehrlich, Reitier, Dead Elden Ring super integriert. Gut, was man natürlich sagen muss, das ist das erstmalige Freischalten des Reitier, bei allen Charakteren, die du anschliessend auflevelst, oder hast, dadurch wirst du ab Level 20 ein Reitier kaufen konnte, wenn du das für einige Geld dafür gehabt hast, das ist auch noch dazukommen, und ab Level 40 konnte du erst fliegen, und bis dann war es so, ja, okay. Okay, aber genau, auch Pascal hat hier gefunden, dass ich bei ihm schon zu spät gekommen bin, oder dass ich allgemein komme zu spät und bin dann eher nutzlos. Also, nicht wirklich cool in dem Sinn, wo er grenzt in einen Darplatz... Es fühlt sich teilweise nutzlos an. Das heisst ja nicht, dass es komplett nutzlos ist. Es fühlt sich teilweise ein bisschen nutzlos an. Ja, okay, okay, okay. Also es ist teilweise nutzlos, nicht immer, genau. Entschuldigung, Reitier, das habe ich nicht so gemeint. Begrenzt er in einen Darplatz mit Edelsteinen? Also, ähm, vielleicht ist der auch... Ja, also, ich meine, der begrenzte in einen Darplatz ist ja etwas, was in diesen Games immer sehr mühsam ist. Ja. Weil, du hast so viel Inventar und du hast so viel Scrap, also viele Zeugen, die dann einfach Schrott sind, die du dann nachher wieder rausschmeissen musst. Ähm, ich denke aber, er geht hier effektiv auf den Inventarplatz bei den Edelsteinen. Ja, also, dass da wie, für die Edelsteine noch ein separater Inventarplatz herrscht. Und der ist zu klein, so verstanden ich das jetzt. Ähm, dass es einen teuren, echtgell Job hat, hat ihn auch nicht gut gedacht. Und das weiss ich, da habe ich ein paar Videos darüber gesehen, das ist grenzt schon fast ein wenig an eine Frechheit mit den Preisen hier. Also, ich habe teilweise Videos gesehen, wo sie darüber diskutieren, was sich Blazard da eigentlich überlegt hat mit den Preisen, wo du teilweise irgendwie 16 Franken zahlst für einen Mount oder so. Und, ähm, da finde ich einfach auch so, yo, 16 Franken für ein Ingame-Rössli. Also, hallo, wer zahlt das? Ich bin schon klar, wo das zahlen. Ja, genau. ähm, umskillen ist teuer, und keine Möglichkeit für verschiedene Skillsets. Okay, also es gibt keine Möglichkeiten für verschiedene Skillsets. Das finde ich jetzt eher ein bisschen, da stelle ich noch eine Fragezeichen hinten dran, ähm, weil, wie ist das gemeint? Also, hat man da, kann man gewisse Skillsets nicht miteinander vereinbaren? Kann man die nicht übereinander legen? manchmal ist es so, dass man ja, je nachdem, was man macht, ob man Dungeons macht oder irgendwie raidet oder sonst etwas macht, geht, also einfach questen, ein bisschen grinden. bräuchte ich ja theoretisch verschiedene Skillsets. Also je nachdem hat die Skillkombinationen, die du hast, andere Vor- und Nachteile und je nachdem brauchst du halt zum, also für Dungeons ganz andere als für deine normalen Daily Quests oder so. Und das kann man nicht einfach so hin und her switchen. Und das ist natürlich ein bisschen doof, wenn du da jedes Mal umskillen und jedes Mal dafür zahlen musst. Genau. Also, dass du so wie vorbereite Pre-Slots hast, die du kannst, und die gibt es nicht. Okay, okay, sorry, ja, das falsch verstanden. Dann heißt das, ja, aber das verstehe ich mega gut, weil je nachdem, wie du gehst, looten, grinden oder etc., brauchst du ja dementsprechend ein Skillset. Und wenn du das nicht kannst einstellen, ja, es macht es einfach nicht, es verlangsamt alles ein bisschen. Es ist ein bisschen uncool. Ja, vor allem das ist teuer. Aber ja, vielleicht kommt es ja noch, es kann sein, dass es demnächst mal eine Abpassung ist, wo Diablo vielleicht, also wo Blizzard entsprechend macht. Aber ja, wir werden es sehen. Aber ich finde, aber Pascal hat da ein bisschen erzählt und es hat immer mega gut getönt. Er ist vor allem zu suchten. Es ist mega herzig. Ja, ja. Ja, am ersten Abend, es ist erst um eins am Morgen losgegangen. Aber ja, er musste zwar am nächsten Tag arbeiten, darum konnte er nur eine Stunde spielen, aber ja. Oh nein. Ja, aber er hat trotzdem nicht gewartet bis am nächsten Tag, weil das kann ich mega gut verstehen. Und umso erfreulicher war es natürlich auch, dass die Surfer sehr stabil waren. war es nicht einmal eine Warteschlange oder nicht einmal ist der Server abgestürzt. Also von dem eine mega nice Erfahrung. Vor allem gerade bei den Blizzard Games hat man sich wirklich gewonnen, dass man zuerst mal fünf Stunden wartet, bis man überhaupt ins Game kommt. Und das hat es dort anscheinend gar nicht gegeben. Das ist natürlich nice. Ja. Fair. Ja, das stimmt. Und ich glaube, was man hier also was man wirklich noch schnell kann sagen, wenn ich noch über, wie gesagt, einen sehr ausführlichen Bericht von Pascal eingehe, ist, also er spielt immer Necro, sorry, der Totenbeschwörung natürlich der Necro und ist schon immer sein Favorit gewesen und man hat auch schon ihr Vorbesteller Beta anspielen und für ihn ist es schon klar gewesen, als er ihr Vorbesteller Beta angespielt hat, er wird Necro spielen. Und er hat es sich gerade Ultimate Edition gekauft, natürlich richtig, 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 oder rein, oder? Und was spannend ist, es hat kein sehr reibungslos Verlauf am Anfang, es hat keine Login-Wartenschlange gegeben, also sehr positive Überraschung gewesen vom Eifrand-3-Start des Spiels er hatte keine Wartenschlange, keine Lags oder keinen Absturz und ja, also ich muss sagen, das überrascht mich persönlich schon, weil ich weiss von den vorderen Spielen, dass es immer Probleme gab mit Wartenschlangen und mit genau, mit am Anfang noch Lags und Absturz aber es hat keine Wartenschlange gegeben und das ist doch sicher schon mal mega gut und das ist sicher ein sehr positiver Punkt, wo man kann sagen, dass es am Anfang des Spiels nicht viele Wartenschlangen gegeben hat. Steffi? Ja, etwas, was ich noch positiv hervorheben ist auf jeden Fall die Cross Platform. Also du kannst egal, wo deine Kollegen spielen, auf einer Plattform miteinander spielen. Das ist mega. mega. Das ist etwas, das haben wir zu wenig Spiele tatsächlich. Das wäre cool, wenn es mehr Games hätte. Und Pascal hat das erzählt, er spielt am PC, aber er kann auch mit Leuten spielen, die Xbox spielen und das macht mega Spass. Ah, Cross-Plattform. Genau, und das und vor allem spielt es auch keine Rolle, auf welchem Level du bist. Also du kannst auf Level, also er kann auf Level 64 sein, seine Kollegen können auf Level 50 sein, 55, 60 spielt absolut keine Rolle. Sie können miteinander spielen, trotzdem, weil ihr Level automatisch angepasst wird, sobald sie zusammenspielen. Das finde ich echt cool. Das ist natürlich bei Cross-Plattform und Multiplayer ein mega cooler Aspekt, der das Gameplay noch mal cooler macht. Von daher glaube ich effektiv Blizzard hat mal wieder wirklich ein Game herausgebracht, wo die Fans so richtig zufrieden stellt, ausser der Whoopi Goldberg. Die war wütend. Die Whoopi Goldberg war wütend. Sie hat auf Instagram einen Livestream gestartet, einen Rage Livestream auf Instagram, wo sie über Blizzard geflucht hat. Warum zum Henker hat ihr das Game eigentlich nicht auf Mac rausgebracht, so wie alle anderen vorher. Sie können es nicht spielen. Das hat so wütend. gemacht hat. Ich musste so lachen, so herzig. Wer spielt es nicht auf Mac? Nein, es spielt ja keine Rolle. Es ist die Whoopi Goldberg. So genial. Entschuldigung, es ist grossartig, dass sie so so entgegen gefiebert hat. Und dann kann sie es aber nicht spielen, weil es nicht auf Mac rauskommt. Und ja, also die vorherigen Diablos konnte man auf Mac spielen. Die sind auf Mac gereleased worden. Von dem her, ja. Stimmt, stimmt. Eben, darum. Und sie hat sich super gefreut. Und ja, Diablo 4 ist nicht auf Mac gekommen und das hat sie hässig gemacht. Megaherzig. Aber ja. Ah, Kupi, ja. Auf jeden Fall. Verstehe ich. Mhm. Verstehe ich. Genau. Aber so viel zu Barf kommen wir zu Crit und dann bleiben wir noch gerade schnell bei Diablo. Und zwar hat Diablo 4 im Moment eine Werbung in New York. Und zwar riesengroße Plakatwerbung. Das Ding ist, New York leidet im Moment ziemlich unter den Waldbränden in Kanada. Also in Kanada bränt im Moment wahnsinnig viel Wald. Mehr als bisher. Eine enorm grosse Fläche. Und dadurch haben sich richtig dicke, fette Rauchwolken gebildet, die jetzt über New York, beziehungsweise über weite Teile von Amerika, also der USA hängen und anderen eben auch New York. Also wenn man Bilder von dort anschaut, also der Himmel ist orange. Also wirklich düster orange. Es ist sick und auf dem Plakat der Diablo-Werbung steht Welcome to hell New York. Es ist echt so, es ist so, sorry, aber es ist so gut. Also ich habe es zu crit da. Also tschuldigung. Ich habe es zu crit da, weil es sich eben, es provoziert natürlich extrem. Es war nicht beabsichtigt, Leute, das ist nicht eine bewusste Werbung. Also klar steht bewusst Welcome to hell New York drauf, aber nicht im Zusammenhang mit dieser Rauchwulche. Man muss natürlich auch sagen, die Rauchwulche, die bringt natürlich auch Schatzstoff mit sich. Also die Leute müssen eine Maske tragen, wo sie sonst, also es kann sehr schädlich sein, diese Rauchwulche einzuatmen. Ja. Und es ist natürlich ein kleiner, ich sage jetzt mal unlucky Zeitpunkt gewesen für Diablo beziehungsweise für die Rauchwulche. Aber ich muss wirklich sagen, besser hätte es ja wirklich nicht sein können. Sorry. Das ist ja mal grandios. Also die Leute tun mir leid, wirklich New York tun mir leid, die Leute, die dort leben, tun mir leid, aber die Werbung kann besser nicht passen. Es ist fantastisch, ich liebe es, aber es ist natürlich sehr provokativ. Das muss ich natürlich schon sagen. Ja, es ist Circumstances make the best marketing. Ja, das ist einfach so. Ja, und das ist, also das Bild ist auch um die Welt. Und ich muss, also, im ersten Moment habe ich wirklich gedacht, oh nein, das ist ja schlimm. Und dann habe ich aber so rausgerälen. Also da ist wirklich so mein Evil inside ist vorgekommen. Ja. Gut, gut. Aber ja, wie gesagt, nicht bewusst platziert, das ist einfach ein Zufall. Ja. Jetzt gleich noch schnell eine Interessensfrage von meiner Seite. Warum ist schon wieder die ganze, warum ist in New York gelb im Moment? Nico, es vorher erklärt. Wegen der Waldbrände in Kanada. Okay. Die gibt es doch in Australien, die gibt es jetzt auch in Kanada. In Kanada gibt es jedes Jahr Waldbrände. Ei, ei, ei. Aber so schlimm... Hallo, Klima. Ja, aber so schlimm wie das Jahr sind sie noch nie gewesen, genau. Es ist nicht, es wird nicht, es wird nicht einfach erzählt. Es ist ein Ding, Leute, Klima. Das ist genau so. Was so ein Ding ist, oder eben nicht, ist Gollum. Genau, was so ein Ding ist, ist der Oli noch hier. Oli, wo bist du? Oli. Also, vorher haben wir, ja, da in unserem Twitch-Livestream natürlich unseren lieben Oli gehabt, der bei uns, oder Troy, wie ihr ihn kennt, immer wieder coole Sachen streamen darf. Und letzte Woche durfte er Gollum spielen. ein prämierter Game, welches ja auch Metacritik-mässig so gut unterwegs ist, dass es, ich glaube, es muss ein neues Rot definiert werden auf der Metacritik, weil Gollum hat wirklich alles gekittet. Dunkelrot, richtig schwarz. Ich habe von Steffi auch vernahm, dass der Oli tatsächlich ein bisschen Probleme gehabt hat mit dem Installieren des Games. Ja, es ist tatsächlich so, gewesen, also beim Installieren des Games hat es Probleme gegeben auf seinem, also mit seinem PC, also das Game hat es, glaube ich, zu Absturz geführt und er hat dann mit einem externen Tool irgendwie das müssen herbiegen, dass das Game überhaupt spielbar ist auf dem PC. Also Horror, er hat es schon lange wieder installiert gewesen, also kann, wenn das bei mir passiert wäre. Ja, also, abartig und ähm, also ich habe auch zugeschaut natürlich, äh, Oli, wir haben beide die Stream geschaut und wir haben immer wieder mit dem Kopf schüttelt, weil wir einfach so gedacht haben, yo, also was ist alles schiefgegangen bei der, bei der, bei der Entwicklung von dem Game, also es ist wirklich, ähm, es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, der Gollum hat auch nicht wirklich, also er sieht schon aus wie der Gollum, aber er sieht irgendwie aus wie ein Gollum, der vor dem Frankfurter Halbbahnhof umhängt und nicht wie der Gollum, den ich kenne. Zwieher Mensch. Zwieher Mensch. Er ist, er ist, ähm, also ich muss so ganz ehrlich sagen, auch die Zwischensequenzen mit, mit den, mit der Comic-Suns Schrift oder was das soll sein, ähm, also irgendetwas ist doch der komplett schiefgelaufen, da hat doch irgendjemand einfach einen mega Druck gehabt, das fertig zu entwickeln, also das heisst sie sowieso gehabt, aber eigentlich sollte sie am September rauskommen, es ist dann nochmal verschoben worden, wo ja eben die Community wirklich geraged hat, ab dem Spiel, wo die Demo zum ersten Mal spielbar war, und aufgrund von dem haben sie gesagt, ja ist gut, wir überarbeiten das nochmal, was man an dieser Stelle natürlich auch nochmal sagen, ist Delic, also das Entwicklerstudio hinter Gollum, die sind sich eigentlich gewonnen, so ein bisschen einfache Point-and-Click-Adventures zu machen, so einen sehr simplen 2D-Comic-Style, oder, und mit dem haben sie wirklich übernommen, also es ist eine Katastrophe, Entschuldigung. Ja, aber da sieht man, also weißt du, das ist ja noch spannend zu wissen, oder, wenn, wie soll ich sagen, das heisst ja, dass das nochmal eine ganz andere Kunst ist, nachher solche 3D-Games. Definitiv. Ja, weil die anderen Games, die sie machen, die sind fantastisch, das können sie, weisst, die sind grandios, aber das ist einfach wirklich ein riesen Flop. Ja, und das ist ein Meme, also das Game ist ein Meme geworden, auch, ein bisschen weit, also es ist ja lustig, das Game ist so schlecht, dass es nachher gleich wieder sehr viele Leute jetzt gespielt hat, um einfach allen zu sagen, wie schlecht es wirklich ist. Ja, also es ist wirklich, es ist ein Trash-Game, also, es ist ein absolutes Trash-Game, also ich glaube, es wird vielleicht auch gewisse Leute werden sich überlegen, okay, wir machen es jetzt folgendem Mal, wir machen ein Trinkspiel, und wenn der Orkwächter sein Spruch zum vierten Mal sagt, müssen wir alle vier Schotze trinken, ich weiss doch nicht, keine Ahnung, aber es hat ja wirklich auch so viele Wiederholungen im Game drin, ich habe von Leuten gehört, die in einem Loop stecken haben, dass sie zum Beispiel eine Passage gemacht haben, in der man verwischt wird, dann haben sie wieder geladen, und dann sind sie als das Laden fertig war, wieder verwischt worden. Also so, dass du gar nicht kannst, du kannst nicht weg, du wirst einfach, wenn du laden, wieder verwischt, und bist wieder Aber teilweise musst du verwischt werden, als es part of the game, also part of the story ist, das heisst, du kannst gar nichts dagegen machen, die Situation hat immer der ist es nicht apart gewesen, okay, das ist natürlich dumm. Aber wenn du das auch nicht erkennst, ja, ich weiss auch nicht. Auf jeden Fall, unser, also, mein Lieblingscreator, der Hanno, der Hand of Blood, hat es natürlich auch gespielt, aber er hat natürlich wieder übertreiben, er hat ein komplettes Fullbody-Kostüm-Golum, das heisst, eigentlich hat er gar nichts anderes, ein Länderschurz, nur ein Länderschurz, und ein bisschen Dreck, und ein künstliches Glatzen, und ein paar Haare oben drauf. Aber, sorry, wie genial ist das Video, es ist fantastisch. teut mich bitte an am Hand of Bloods Gollum-Game-Video, und das gibt natürlich in einem Game nachher gleich, weisst du, ein bisschen Push, also ich meine, so werden es vielleicht andere Leute ohne holen. Nur weil es schlecht ist, heisst es nicht, dass es nicht gespielt wird. Ja, ja, genau, genau. Und vielleicht wollen die Leute eben genau die schlimmen Parts von diesem Game rausheben, das dann posten, Memes darüber machen, etc. Also Content generieren du es auf jeden Fall. Es hat eben im Video von Hannah auch noch ein Part gegeben, als er einfach am Norden rausgekommen, und das komplette Level war weg. Also es hat nachher in das nichts rausgelaufen, und es hat das Level nicht mehr geladen. Das ist auch gut. Also es hat Figuren geladen, noch irgendwelche Texturen geladen, sondern es ist eigentlich im nichts draussen gestanden. Echt so ein schwarz, einfach schwarz rum. Ja, nein, nein, also weisst du, also so wie die, wie soll ich sagen, der Raum ist da gewesen, also weisst du, mit der Farbe und so. Okay. Aber nur der Raum, wo nachher eigentlich die Objekte dort drin sind, wie die Wänge und so, der ganze Ort wo du dich drin bewegst, dann hat es nicht geladen. Es ist nur wie der Himmel gewesen. Ach was, okay. Wie das Blaue, das du siehst. Ja, okay. Und und dann hat er natürlich gedacht, ja, okay, 5-5 hat, ich lade einfach nochmal neu. Was denkst du, was passiert ist? Ja, genau dasselbe nochmal. Ja, es ist, es hat einfach das Level nicht mehr lachen geladen. Du hast so viel können weiterladen, wie du hast schon möglich. Oh mein Gott. Dann hat der Globe aufgehört spielen. Ja, in jeder Fall, Gollum, also ganz etwas Neues von Experience her. Wenn man mal, wenn man wieder möchte, so vom Gameplay ins 2002 und von Grafik her zurückgehen, ist Gollum sicher eine sehr gute Möglichkeit. Mir tut es ein bisschen weh. Ja, es ist ein bisschen schade. weil das Herr der Ringe Franchise wird im Moment so verrissen. Ja. Also jetzt Gollum sieht zum Ganzen nochmal die Kirsche auf, aber es hat schon angefangen mit dem Ring, der Serie. über Macht glaube ich heisst es. der Ringe der Macht, genau. Und das ist, oh mein Gott. Also ja, okay, ich sage niemandem, der das cool findet, noch nicht zu drastretten, aber ganz ehrlich, für mich ist der Ringe etwas, das ist heilig. Es ist wirklich sehr, sehr heilig. So wie Star Wars war auch mal heilig. Star Wars hat man das heilig abgesprochen. Damals, als die Gummistiefel noch aus Holz waren. Ja, nein, also man muss sorry, da bin ich auch ein bisschen traditionellisch, da finde ich, lass doch das Zeug lassen, warum muss man alles wieder fürengraben, ja, ich weiss, Profit, dies, das, Ananas, aber lass doch das Zeug lassen, bitte, es ist doch schön, wie es ist. Weisst du, da muss ich zum Beispiel am Creator von Death Note einfach sagen, gut gemacht. Eine Staffel Death Note, jeder feiert das beste Anime ever und gut, Strich drunter, unterschrieben, Punkt, weisst du, das kann schon mal sein. Ja, aber Death Note ist ja auch zigmal wieder aufgefröscht worden, es gibt sogar Filme, eine Real-Life-Filmung und alles gegeben. Ja, was willst du machen, wenn Netflix kommt? Ja, natürlich, das stimmt. Ich meine, One Piece, die Real-Life-Serie, die kommt hier noch, also, verdammt. Stimmt. Ich habe ein bisschen Angst, aber ja, wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ich meine, immerhin, der Creator, Erschaffer, der Schöpfer von One Piece macht auch mit, er ist aktiv dabei, aber ich habe ja schon den Cast ein bisschen komisch gefunden, aber wir werden es sehen. Ja, wir werden es sehen, auf jeden Fall, es wird spannend. Eben, so viel zum Gollum. Merci, Troy, hast du dir das angetan. Das Mal musst du sicher, die Woche musst du sicher nicht, das musst du sicher nie mehr gamen, aber es ist für mich sehr gute Unterhaltung, war es für mich. Ja, es hat uns sehr unterhalten, das ist die Ansache. Und wir haben tatsächlich im Stream auch noch darüber nachgedacht, ob wir irgendwie Ende Jahr so einen Anti-Award wollen für die schlechtesten Spiele im Jahr. Also, auch dort, Troy hat sich schon freiwillig gemeldet für den Host. Von dem her könnte es effektiv sein, dass wir Ende Jahr dort einen kleinen Anti-Award machen. Oh, einen kleinen Anti-Award finde ich gut. Das finde ich sehr gut. So ein bisschen ein Pendant zur goldigen Himbeere oder so. Ein D-Grade oder so. Ja. Genau, yes, Gollum, leider ein kleiner Reinfall. Schade, aber ja, es kann nicht alles gut sein, sagen wir es mal so, wenn wir nicht auch mal ab und zu mal ein schlechtes Game hätten, würden wir die guten Games nicht mehr appreciaten. Hallo, gibt es? Ja. Wow, weisheit des Tages, bitte merken wir euch den Spiechern oben. Es braucht doch auch ein bisschen beides. Das Gesetz der Bipolarität, hätte ich erst gesagt, das Gesetz der Polaritäten und so, also von dem her, ja, Steffi, eine weise Frau spricht, als die. Wo kann ich schafften? Du hast schon drei Jahre gelebt. Habe ich vielleicht ja, weißt ja nicht. Was kein Schatten hat, hat es kein Licht, und wo es kein Licht hat, gibt es kein Schatten. dem her. Wie heisst die Dinoserie? Ein Tag vor unserer Zeit oder irgendetwas? Nein, ich weiss nicht mehr. In einer Welt vor unserer Zeit, oder was? Wie ist das irgendetwas? Genau, genau. In einer Zeit vor unserer Welt. Mensch, Steffi, also gut. In einer Zeit, was vor unserer Zeit? Was? In einem Land vor unserer Zeit. Oh, Jesus Christ. Ja, ja. In einem Land vor unserer Zeit. Oh, ich habe sie geliebt. Serie ist so cute. Beziehungsweise, ähm, das heißt ja mal, weiss ich nicht, Serie oder Film? Ich glaube, Film war. Ah, so herzig. Aber ja. Nein, ist es eine Serie gewesen? Ich bin mir eben nicht mehr sicher. Egal. Ich habe es auch nie geguckt, für mich ist es dann schon. Vor unserer Zeit hat er durchgesagt. Nein, es ist genau meine Zeit gewesen, aber es gibt beides anscheinend. Genau. Kommen wir zum Loot. Ja. Und zwar zu den Neuheiten, die wir neu bei uns im Shop haben. Und ich bin ein bisschen begeistert, wo wir haben, Joy-Cons in Pastellfarben. Oh, sie sind so schön. Also wirklich, sie sind wirklich schön. Also es gibt zwei verschiedene. Also es ist ja immer ein Duopack. Ähm, es gibt, und sie sieht einfach aus wie Glacé. Also perfekt für den Sommer. Ja, die Pistache. Ja. Ich liebe Pistache. Also die Einti. Und die Einti. Ja, die sind nicht Pistache, es ist gelb tatsächlich. Es ist so ein gelb. Aha. es ist gelb. Entschuldigung, ich bin vorhin. Es ist rosa und gelb, also so ein Pastellgelb. Das ist die Einti Farbe, also die Einti Neu-Duo-Farb. Und die Andere ist grün und lila. Also so ein Münzengrün und so ein Flitterlila. Es ist wunderschön. Und ich habe Freude. Und ähm, ja, es landet wahrscheinlich dann ziemlich sicher gleich mal in meinen wahren Korb. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und jetzt sehe ich gerade... Ah, schau, aber das ist jetzt grün. Okay, sorry, Entschuldigung. das ist jetzt Münzengrün. Genau, Münzengrün. Münzengrün. Pistache ist grüniger. Hey, also kurz. Sorry. Ich habe jetzt so Lust auf Pistache. Ja, fair, fair. Pistache ist aber auch geil gelassen. Ja, aber ähm, so kleine, kleine Korrektur. Man kann es noch gerade nicht bestellen. Sie ist erst zum Vorbestellen. Und zwar am 21.06. Ist das verfügbar. Ähm, ja, aber sie sind wunderbar. Und wie gesagt, sie wandern bei mir wahrscheinlich in Warenkorb. Und ich würde auch sogar die, ähm, lila, grünen, nein, und nicht gelb und rosa, aber ich gelb und rosa auch sehr herzig finde. Ja. Weißt du, Steffi? Hm? Einfach beide? Du wandst bei mir in Warenkorb als beste Podcast-Partnerin. Awww. Mit mir aber nicht käuflich. Entschuldigung. Ausser vielleicht... The Partnership... Hä? Äh, was geht nicht? Oh, du weißt, was du meinst. Ich weiss, was du meinst, ja. Trotzdem nicht käuflich. Ausser vielleicht mit den neuen Joy-Cons. Ähm, genau. Was wir auch noch zum Vorbestellen haben, ist, ähm, Everybody Want to Switch. Das ist, ähm, der Nachfolger von One to Switch. One to Switch ist, äh, eins von den Release-Games gewesen, wo Nintendo Switch ist, äh, erschonnen vor sechs Jahren. Also, das ist, äh, der Nachfolger von diesem Spiel. Ähm, die Reviews sind durchmischt, sagen wir es mal so, aber, ähm, ja, man kann sich selber überzeugen, finde ich. Ähm, ja. Genau, das kommt im Juni, ähm, am 30. Juni, dann kommt Park Beyond, Finally, da haben wir ja auch schon ein paar Mal darüber geredet. Das ist ja so ein witziges Game. Also, ähm, Rollercoaster Park, also Fun Park, wo man wirklich mit den unmöglichsten Bahnen kann sie selber bauen. Das ist jetzt endlich da, am 16. Juni, also schon in ein paar Tagen, ist es da. Das wäre ein Streamwert eigentlich, schreckliche Menschen nicht. Ja, absolut. Ich werde mich freiwillig. Ich werde mich freiwillig. Ich opfere mich. Take me, take me. Ich werde das Tribut. Nein. Sehr gut. Genau, ähm, und dann im September haben wir Mortal Kombat 1. Einerseits die normale Edition und andererseits die Premium Edition. Und ja, Mortal Kombat, das sollte man da mehr dazu sagen. Es ist halt das Brüggel-Game. Ich will etwas dazu sagen. Ja, erzähl. Ja, erzähl. Mortal Kombat, für alle die, die gerne auf eine Dodge holen, auf eine Dodge, was ich gerne, ab und zu einen reinbrettern oder am anderen gerne einen reinzwiebeln. Ähm, es ist Mortal Kombat unglaublich super, geil. Ich kann nichts sagen, habe gerade gesehen, wie die Fatalities aussehen. Wer es kennt, wird es lieben. Es ist brutaler oder etwas so brutal wie das Letzte. Aber es hat wieder sehr, sehr geile Fatalities. Ich kann es nicht. Ich schaue einfach sehr gerne Leuten zu, die es richtig gut können. Ich spiele sehr gerne Fights in Games. Mortal Kombat ist mir aber manchmal ein bisschen zu hoch. Ähm, unbedingt besorgt mich dieses Game, wenn ihr einfach so ein bisschen einen Abend wollt oder gegen Freunde ein Turnier spielst, wo das zweite oder Couch vs. ähm, Mortal Kombat. Es wird super. Kommt aber erst im September raus. Genau, ja. Leider. Genau, kommt erst im September raus. Da kann ich es vorbestellen. Sicher schon. Genau. Ähm, tatsächlich ein anderes Game, welches ich auch noch gerade auf dem Schirm habe. Steffi, wenn ich das gerade übernehme, ist das okay? Wäre ich Lords of the Fallen? Das kommt erst im Oktober, aber auch dort. Liebe Damen und Herren, das ist ein sehr cooles Game. Also, wenn ihr Fans seid von Soulslike, zum Beispiel eben Dark Souls oder Elden Ring, ähm, dann ist Lords of the Fallen etwas für euch. Ich habe das Ace gespielt, also das Originalgame und das ist wirklich anspruchsvoll, was mir aber sehr gefällt. Also, es ist wirklich 1-2-1 ein Soulslike. Ähm, die haben ja auch nie nicht wirklich viel anders gemacht. die haben wirklich sehr viel übernommen von Dark Souls und darum ist es so sehr gut. Ähm, was mir wirklich cool tunkt an Lords of the Fallen ist die Grafik und die geilen Rüstungen. Sie schiessen wirklich mega rein mit den Rüstungen und mit den Monstern, etc. Ähm, designtechnisch gefällt mir Lords of the Fallen fast besser. Und jetzt muss ich mega aufpassen, weil ich weiss, ganz viele tolle Fans, die da aussehen, fast besser als das, ja, auf jeden Fall Dark Souls 2. Ähm, aber ich bin dort auch ein bisschen mehr der Dude, der gerne mal noch ein bisschen mehr pompös und farbiger hat. Und Dark Souls hat für mich immer so einen Vibe vom, yo, wenn ich zu lange umstehen und nichts machen, werde ich depressiv. Es ist wirklich einfach so, es hat so den dunklen Vibe gehabt, wo, wo irgendwie, ah, unangenehm. Okay. Aber vor allem zu zwei, glaube ich, und zu eins. Aber Lords of the Fallen sehr zum Empfehlen, ähm, checkt es mal aus, schaut den Trailer, ähm, wenn ihr gerne schwere Games habt, weil es ist unerbittlich schwer, also es ist wirklich schwer, ähm, dann zockt es unbedingt, kann ich nur empfehlen. Vorbestellen, wir haben es schon, vorbestellungsmässig im Shop am Stach. Genau. Yes, sir. Und Street Fighter 6 ist sogar schon da. Genau, es ist schon da. Wir haben es ein Lager. Da nochmal, kloppen, kloppen, kloppen. Also, auch wieder ein Game, welches ich, äh, natürlich, auch so zu spielen. Es scheint auch echt gut zu sein. Es ist gut. Es ist wahrscheinlich richtig gut. Es hat den Open World, aber muss man auch so sagen, ja, muss jetzt jedes Game ein Open World haben, ein Fighting Game, ein Open World haben. Das heißt, ich bin aber ein bisschen irritiert, ein Fighting Game, das Open World hat. Ich glaube, das ist eben geil. Also, was wirklich so ist, du kannst rumlaufen und mit jedem Streit anfangen. Okay, cool. Das ist ja etwas, was Nico so schon macht, in meinem Normallebnis, kann er das ja auch im Game machen. Das heisst, eigentlich für mich das perfekte Game. Ich kann es auch nicht unterschreiben, aber ja, ist gut. Wenn du das selber so einschätzt, ist, ja, kommt mir raus. Hallo, ich weiss. Ich weiss, hallo, ich spiele nur mehr Etlami. Okay. Niemand versteht mich. Ja, ich finde, ja, ich glaube, das Einzige, was ein Downgrade ist, ist, dass man die restlichen Charaktere kaufen muss. Das ist gar nicht cool. Ich hoffe, da gibt es vielleicht auch einen Backslash, wo sie das nachher wieder rausnehmen. Die Paywall, das wäre ja mega uncool. Ja, die Frage ist halt, musst du es gegen Echtgeld kaufen oder kannst du dir ingame irgendwelche Währung erkämpfen, sage ich jetzt mal, und mit dem kannst du es dann freischalten. Das wäre fair. Das hast du ja überall, das hast du ja sogar bei Mario Kart. Das ist ein super Smashball. Aber anscheinend ist aber real money und das ist unsexy. Aber weißt du, was cool ist? Genau, das habe ich noch gesagt, es ist sehr einschneidenfreundlich, weil, das habe ich auch gesehen, sie haben Anpassungen gemacht bei der Steuerung, wo du zum Beispiel jetzt als Profi hast, ja, du weißt ja, du weißt ja, wie die Profis spielen, das ist hoch, runter, links, rechts, dann drei Äckli, ähm, drei Äckli, viereckli und X zweimal und dann hast du die perfekte Kombo, ähm, das kann natürlich ein Anfänger nicht. Das heisst, sie haben jetzt die Steuerung so angepasst, dass du die Kombos auch kannst machen, aber mit weniger Tastendrücken, äh, weniger, ähm, Dings, du musst weniger drücken und manchmal macht sie sie automatisch und sie wird einbauen. Also es ist sehr einstiegerfreundlich, jeder kann kämpfen und kann die Einstellung quasi auf, ähm, auf Anfänger stellen und nachher ist es sehr einstiegerfreundlich. Das finde ich eigentlich noch cool. Die grosse Frage ist natürlich nachher gewesen, hey, wieso sollte ein Profi nicht, ähm, einfach auf das umstellen? Und, das heisst ich natürlich auch sehr schnell, äh, beantwortet kann, und zwar ist es so, dass wenn du die Einstellung hast, nimmst du mehr Schaden und, äh, gibst weniger Schaden, ähm, Gegner, wenn der Gegner zum Beispiel die Einstellung nicht hat. Also das heisst, ähm, wenn du die Pro, die Pro-Einstellung drin hast, verteilst du viel mehr Schaden. Ähm, und das ist, es muss ja ein bisschen, es muss ja so eine Balance haben, sonst würde man einfach auf dem Einfachen zocken und alle würden einfach fucking, äh, Buttons maschen. Äh, das würde ja gar keinen Sinn machen. Aber es sind sicher ein paar positive Punkte ohne das Game, wo man sich sicher überlegt zu spielen. Ähm, wer dir nichts zielt, lasst es mir wissen, dann, äh, können wir uns mal gegenseitig ein auf den Topf tatschen im Street Fighter. Genau. Das sind doch schöne Abschlussworte gewesen, nicht wahr? Wunderbar. Dann würde ich sagen, das wäre es das gewesen für den heutigen Podcast. Äh, und wir sehen uns, oder bis wir uns gesehen, hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin lasst uns doch mega gerne eine kleine Bewertung da auf der Plattform eurer Wahl. Und ja, gebt uns Bescheid, wie ihr die Folge gefunden habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Bis dann. Macht's gut. Tschau zusammen.